Herzrasen, Atemnot und ein Gefühl, als ob das Herz aus der Brust springt. Diese Symptome können ein Zeichen für Vorhofflimmern sein. Die Herzrhythmusstörung ist tückisch. Sie kann harmlos sein und schnell wieder aufhören. Manche spüren sie nicht einmal. Doch der schnelle, unregelmäßige Herzschlag kann unbehandelt lebensbedrohlich werden und etwa einen Schlaganfall hervorrufen. Eine tickende Zeitbombe. Vorhofflimmern, unser Thema der Herzwochen 2022. Informieren Sie sich jetzt. Hallo, hier ist die Deutsche Herzstiftung aus Frankfurt am Main mit ihrem Online-Seminar zum Start in die bundesweiten Herzwochen 2022. Und ich heiße alle Zuschauerinnen und Zuschauer dazu herzlichst willkommen. Gleich zu Beginn noch einen Hinweis. Sollten Sie direkt über den YouTube-Kanal der Deutschen Herzstiftung zuschauen, dann wechseln Sie bitte zu www.herzstiftung.de Denn nur hier haben Sie zusätzlich zum Livestream eine Fragenfunktion, die Sie jederzeit gerne nutzen können. Und die Fragen werden dann am Ende des Seminars beantwortet. Das kurze Eingangsvideo, ja, das hat Sie ja bereits eingestimmt. In diesem Jahr stehen die Herzwochen, die größte Aufklärungskampagne zu Herzerkrankungen in Deutschland, unter dem Motto Turbulenzen im Herz zurück in den Takt. In über 500 kostenfreien Präsenzen und Online-Veranstaltungen und Aktionen an Kliniken und anderswo macht die Deutsche Herzstiftung als Initiatorin dieser Kampagne in diesem November auf die häufigste Herzrhythmusstörung aufmerksam, nämlich das Vorhofflimmern. Und eine dieser Veranstaltungen, die ist eben heute unser Online-Seminar, bei dem es in der nächsten Stunde um aktuelle Aspekte der Diagnose und Therapie bei Vorhofflimmern geht und bei dem Sie auch Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen. Weitere Veranstaltungstermine, die finden Sie übrigens auf der Website der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung.de slash Herzwochen. Dort können Sie dann passend zu Ihrem Wohnort durch Eingabe der Postleitzahl suchen. Außerdem finden Interessierte dort zum Thema Vorhofflimmern viele Berichte und diverse Broschüren, unter anderem auch diesen spannenden Sonderdruck, sowie Videos und Podcastgespräche mit Experten und Betroffenen. Und warum die Herzwochen 2022 unter dem Motto Turbulenzen im Herz zurück in den Takt stehen, das erläutert jetzt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Herzstiftung, Professor Thomas Vogtländer, ärztlicher Direktor des Agaplesian-Bitanien-Krankenhauses in Frankfurt, den ich damit ganz herzlich begrüße und dem ich nun das Wort übergebe. Liebe Frau Ney, vielen Dank für die Einleitung. Sie haben ja schon einiges angedeutet. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie uns zugeschaltet sind mit diesem modernen Medium. Ich glaube, wir hoffen Ihnen das trotz dieser virtuellen Variante auch näher bringen zu können. Was wollen wir Ihnen näher bringen? Das Vorhofflimmern. Das ist eine Erkrankung, die sehr, sehr häufig ist. Man geht davon aus, dass in Deutschland an dieser Rhythmusstörung etwa zwei Millionen Menschen leiden. Oder man kann es anders sagen, jeder Dritte über 55 wird irgendwann in seinem Leben Vorhofflimmern erleiden. Warum ist Vorhofflimmern ein wichtiges Thema? Nicht nur, weil es so häufig ist und so viele Menschen betrifft. Wir altern ja alle, das heißt, es wird immer mehr werden. Die Anzahl derer, die es betrifft. Nein, es hat auch eine lebensgefährliche Komponente und eine Komponente, die das Leben unangenehmer macht. Zunächst mal zum Letzteren. Jeder, der diese Rhythmusstörung einmal hatte, weiß es, der schnelle, unregelmäßige Herzschlag kann die Lebensqualität ganz erheblich einschränken. Und derjenige, der dieses Leiden hat, diese Rhythmusstörung hat, wünscht sich nichts mehr, als dass das Herz wieder regelmäßig schlägt. Wie man das machen kann, das werden wir gleich einmal durch die Referate, aber auch durch die Diskussion noch erklären. Warum ist Vorhofflimmern darüber hinaus auch lebensgefährlich? Weil es über das Bilden von Tromben in dem Herzen auch Embolien verursachen kann, die bis hin zum Schlaganfall gehen können. Das ist die ganz gefährliche Komponente des Vorhofflimmerns. Also ein großer Reigen von Problemen, die mit dem Vorhofflimmern zusammenhängen. Es betrifft sehr, sehr viele Menschen. Diejenigen, die noch nicht betroffen sind, haben eine gute Chance, das im Leben zu erleiden, sodass es sehr, sehr wichtig ist, sich darüber zu informieren und die mittlerweile sehr guten Möglichkeiten zu erfahren, die zur Behandlung des Vorhofflimmerns und auch zum Vorbeugen möglich sind. Gleich drei Worte, Frau Neide, wenn Sie mir erlauben, zur Deutschen Herzstiftung selbst. Die Deutsche Herzstiftung, für diejenigen, die sie noch nicht kennen, wird ja von fast allen gekannt, ist eine Organisation, die insgesamt 107.000 Mitglieder hat. Es gibt, glaube ich, nur den ADNC und den DFB, der mehr Mitglieder hat. Also eine große Organisation, wo viele, viele Patienten, aber auch Laien, die noch nicht Patient geworden sind, Mitglieder sind. Das ist eine Organisation, die in die Kardiologie, in die Herzmedizin eingebettet ist. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat von mehr als 500 Herzspezialisten in ganz Deutschland. Der Professor Carthus organisiert diesen wissenschaftlichen Beirat. Wir haben einen sehr stark besetzten Vorstand. Ich darf Frau Professor Tiefenbacher auch begrüßen, die mit im Vorstand in der Herzstiftung ist und viele andere, die auch sehr prominent die Herzmedizin in Deutschland vertreten. Ein wichtiger Punkt, was sind die Aufgaben oder Ziele der Herzstiftung? Das ist ganz wichtig, natürlich die Prävention und Aufklärung. Wir haben viele, viele Programme zur Information, wie heute Abend auch, auch Präventionsprogramme. Aber, und das ist ein etwas neuerer oder intensivierterer Fokus, wollen wir auch die Herz-Kreislauf-Medizin noch mehr unterstützen als in der Vergangenheit. Und auch zu dem Thema Vorhofflimmern hat die Deutsche Herzstiftung eine Million Euro zur Verfügung gestellt und überwiegend universitäre Gruppen haben mit Einzelprojekten sich beworben und von über 60 Gruppen sind nun 16 bedacht worden, die durch die Förderung der Deutschen Herzstiftung zum Vorhofflimmern weiter forschen können. Also ein weiter Reigen, den die Deutsche Herzstiftung abdeckt und als Aufgabe zieht. Und wir sind froh, dass wir Sie alle als Partner haben und wünschen jetzt bei der Sendung, Frau Ney, Sie machen das jetzt weiter, uns allen viel Erfolg und für alle Zuhörer einen hohen Informationsgehalt. Perfekte Überleitung. Wieder zurück zum Thema des heutigen Abends, das sich sowohl bei den Möglichkeiten der Diagnose als auch bei der Behandlung bei Vorhofflimmern einiges getan hat. Das werden Sie nämlich jetzt gleich in zwei Kurzvorträgen erfahren, bevor es dann an Ihre konkreten Fragen geht. Und für deren Beantwortung haben sich eben sowohl Professor Vogtländer als auch die beiden Referenten, Frau Professor Tiefenbacher und Professor Dänicke, freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ja, ich begrüße daher jetzt ganz herzlich zugeschaltet Frau Professor Christiane Tiefenbacher. Sie ist Chefärztin der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Marienhospital in Wesel. Und sie ist seit diesem Frühjahr auch Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung. Ihr Thema ist Vorhofflimmern, Erkennen und Behandeln. Wann und warum braucht es dazu einen Gerinnungshemmer? Und ebenso herzlich begrüße ich in Bad Neustadt an der Saale Professor Thomas Dänicke. Er ist dort am Rhön-Klinikum Chefarzt der Klinik für Kardiologie und der Klinik für Rhythmologie, Interventionelle Elektrophysiologie. Außerdem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Sein Thema wird sein Neues zum Nutzen von Wearables und zur Katheterablation. Mein Name ist übrigens Ruth Ney. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Medizinredakteurin bei der Herzstiftung und ich moderiere heute Abend durch das Seminar und hoffe natürlich, dass die Fragen, die Sie auf dem Herzen haben, auch weitgehend beantwortet werden. Und wenn das nicht der Fall ist, weil es so viele Fragen gibt, dann haben Sie übrigens auch noch im Anschluss Gelegenheit, bei unserer telefonischen Sprechstunde anzurufen. Die Telefonnummer, Sie sehen sie, die blenden wir am Ende nochmals auch ein. Tja und ich würde jetzt mal sagen, es geht los. Frau Professor Tiefmacher, Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Frau Ney, sehr geehrte Patientinnen und Patienten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden haben, heute Abend dem Seminar der Herzstiftung zum Thema Vorflimmern beizuwohnen. Wie wir schon von Professor Vogtländer gehört haben, eine sehr häufige Rhythmusstörung, die viele Menschen sehr verängstigt und für die wir doch mittlerweile eine ganze Reihe von Therapieverfahren zur Verfügung haben, um diese Rhythmusstörung in den Griff zu bekommen. Ich möchte Ihnen einige Aspekte erläutern und dabei vor allem auf das Thema Schlaganfallrisiko und Blutverdünnung eingehen. Nun zunächst einmal, warum bekommt man eigentlich Vorflimmern? Es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die hier aufgelistet sind. Und das sind zum einen alle möglichen Herzerkrankungen, die ein Vorflimmern auslösen können. Aber es sind auch Lebensstil-Aspekte wie zum Beispiel Alkoholkonsum, intensiver Sport, aber auch die körperliche Inaktivität. Also sowohl zu viel wie auch zu wenig Sport ist eher ungünstig im Hinblick auf Vorflimmern. Die wichtigsten Risikofaktoren sind aber hier vorne aufgelistet. Das ist das männliche Geschlecht, natürlich die genetische Vorbelastung. Die Ethnie spielt eine gewisse Rolle und ganz wichtig sicherlich das Alter. Man kann sagen, dass bei 70-jährigen Menschen etwa zwei bis drei Prozent mit Vorflimmern zu tun haben und bei über 80-Jährigen sind es schon mehr als zehn Prozent. Nun, was passiert eigentlich genau beim Vorflimmern und warum ist der Herzschlag dabei unregelmäßig? Nun, normalerweise bei einem gesunden Menschen gibt der Sinusknoten den Takt vor und löst eine elektrische Erregung aus, die dann über die Vorkammer des Herzens zum sogenannten AV-Knoten weitergeleitet wird. Und dieser sorgt dann dafür, dass der Strom sich auf die linke und rechte Herzkammer weiter ausbreitet und dass sich das Herz dann entsprechend zusammenzieht und das Blut in den Kreislauf ausgeworfen wird, um die Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Beim Vorflimmern gibt nicht mehr der Sinusknoten den Takt vor, sondern das sind ganz viele Erregungszentren in den Vorkammern, hauptsächlich dort, wo die sogenannten Pulmonalvenen, das sind die Gefäße, die das sauerstoffreiche Blut von der Lunge zum Herzen zurück transportieren, in die Vorkammern einmünden. Nun, diese elektrische Aktivität führt dazu, dass sich die Vorhöfe mit einer Frequenz von über 300 pro Minute zusammenziehen und das in sehr unregelmäßigen Zustand, weil oft mehrere Erregungszentren gleichzeitig hier eben aktiv sind. Und wenn wir nicht den AV-Knoten als Bremse hätten, würden unser Herz also mit einer Frequenz, mit einem Puls von über 300 schlagen und das würde kein Mensch überstehen. Deshalb dient der AV-Knoten hier als Bremse und lässt nur ab und zu eine elektrische Erregung durch. Das heißt, nur ab und zu fließt der Strom dann wirklich auf die Herzkammern und dann erfolgt eben dieses Zusammenziehen des Herzmuskels. Und wie wir unten in den beiden EKG-Beispielen sehen können, normalerweise haben wir einen ganz regelmäßigen Rhythmus, den sogenannten Sinusrhythmus, der eben vom Sinusknoten vermittelt wird. Und beim Vorhoflimmern haben wir aufgrund der Unregelmäßigkeit des Durchlassens des Stroms durch den AV-Knoten einen sehr unregelmäßigen Herzschlag. Und dabei kann der Herzschlag sowohl zu schnell wie auch zu langsam sein und manchmal ist er sogar relativ normal, sodass der Patient das gar nicht so großartig merkt. Nun, wie können wir ein Vorhoflimmern erkennen? Es gibt gewisse Untersuchungen, die wir bei jedem Patienten durchführen sollten. Das ist zum einen natürlich die Anamnese. Das heißt, wir fragen den Patienten, wann tritt das auf? Wie lange haben sie das schon? Kann es vielleicht durch irgendwelche äußeren Umstände begünstigt werden? Bei allen Patienten schreiben wir ein EKG, denn letztendlich kann man nur mit dem EKG die Diagnose des Vorhoflimmerns stellen. Alles andere ist unzuverlässig. Dann nehmen wir ein paar bestimmte Laborwerte ab, zum Beispiel Schilddrüsenwerte, denn bei einer Schilddrüsenüberfunktion kann man zum Beispiel auch Vorhoflimmern bekommen. Und wir machen eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, um zu sehen, ob hier irgendwelche Herzerkrankungen vorliegen könnten. Bei bestimmten Patienten machen wir auch noch weiterführende Untersuchungen, wie zum Beispiel das sogenannte Schluckecho, um festzustellen, ob dieser Patient beispielsweise Blutgerinnsel im Herzen hat. Nun, die Behandlung des Vorhoflimmerns basiert im Wesentlichen auf drei Säulen. Das Wichtigste, und darauf werde ich gleich noch weiter eingehen, ist die Blutverdünnung, beziehungsweise die Feststellung des Schlaganfallrisikos, um dann zu entscheiden, ob eine Blutverdünnung überhaupt notwendig ist. Die zweite Säule ist die Symptomkontrolle. Das heißt, wir müssen den Patienten so behandeln, dass er möglichst wenig von dem Vorhoflimmern verspürt. Und das heißt, wir können zum Beispiel versuchen, das Vorhoflimmern durch eine Appellation zu beseitigen. Darauf wird nachher Professor Dennecke eingehen. Oder wir können das Ganze mit Medikamenten behandeln. Und die dritte Säule ist die Behandlung von Begleiterkrankungen, also im Wesentlichen von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Warum müssen wir überhaupt das Blut verdünnen und warum kommt es überhaupt zum Schlaganfall? Nun, ich hatte gerade gesagt, dass es einen sehr schnellen Herzschlag in den Vorkammern gibt. Und das führt dazu, dass das Blut praktisch fast steht. Und dadurch kann es zu einer Gerinnungsaktivierung kommen. Sie sehen hier in der Mitte auf diesem Ultraschallbild eine so ovale Form. Das ist ein Blutgerinnsel, was sich in der linken Vorkammer des Herzens gebildet hat durch das Vorhoflimmern. Und meistens bilden sich die Gerinnseln in dem sogenannten Vorhofohr. Das ist wie so eine Art Anhängsel innerhalb des Vorhofes. Und hier können Sie sich gut vorstellen, da kann das Blut besonders gut gerinnen, weil das eben so ein bisschen abgetrennt ist vom Rest des Vorhofes. Und wenn diese Gerinnsel sich eben ablösen und dann hier über die Schlagader nach oben ins Gehirn rutschen, dann kommt es zu einem Gefäßverschluss im Gehirn und dadurch zum Schlaganfall. Etwa 20 bis 30 Prozent aller ischemischen Schlaganfälle, also Schlaganfälle, die durch einen Blutzufuhrstopp vermittelt werden, gehen auf Vorhofflimmern zurück. Und es ist leider oft so, dass der Schlaganfall das erste Symptom eines Vorhofflimmerns ist. Wenn wir also ein Schlaganfallrisiko haben, dann müssen wir verhindern, dass sich solche Gerinnsel bilden können. Und um dieses Risiko auszurechnen, gibt es einen bestimmten Risikoscore und dieser heißt CHATS-VASC-Score. Und hier gehen verschiedene Risikopunkte ein in diesen Score, den wir bei jedem einzelnen Patienten ausrechnen zur Berechnung des Schlaganfallrisikos. Im Einzelnen geht es hier um Herzschwäche, um Bluthochdruck, um das Alter über 75 oder über 65, um einen Diabetes mellitus, um einen Schlaganfall in der Vorgeschichte, um andere Gefäßerkrankungen, zum Beispiel einen Herzinfarkt und auch die Geschlechtskategorie. Und Sie können sehen, je nach Risikopunkt gibt es ein bis zwei Punkte und diese zählt man dann zusammen. Und wenn hier mehr als zwei Punkte errechnet werden, dann muss der Patient eine lebenslange Blutverdünnung durchführen, weil dann nämlich das Schlaganfallrisiko höher ist als das Risiko der Blutverdünnung. Und man kann grob sagen, wenn man zum Beispiel drei Punkte in diesem CHATS-VASC-Score hat, dann hat man ein jährliches Schlaganfallrisiko von drei Prozent und das sind über zehn Jahre gesehen immerhin schon 30 Prozent. Also jeder dritte solche Patient würde einen Schlaganfall erleiden. Wir können diese Blutverdünnung im Wesentlichen mit zwei Medikamentengruppen durchführen. Das eine sind die Vitamin-K-Antagonisten, das gute alte Makomar. Und die Alternative sind neuere Substanzen, die sogenannten Doax oder Noax. Und da gibt es vier Substanzen, die dafür zugelassen sind. Diese neueren Substanzen haben zum einen den Vorteil, dass man keine Kontrollen der Blutgerinnung mehr durchführen muss, wie bei dem Makomar. Das kennen sich ja noch viele und machen wahrscheinlich auch noch ein paar von Ihnen. Und sie haben auch den Vorteil, dass sie etwas schneller wirken und auch natürlich ihre Wirkung schneller wieder verlieren, wenn man sie zum Beispiel im Rahmen einer Operation absetzen muss. Theoretisch kann man sich auch Heparin spritzen, aber das ist natürlich, was die Lebensqualität angeht, nicht ideal, wenn man jeden Tag ein bis zweimal Heparin spritzt. Außerdem gibt es auch hier Nebenwirkungen, zum Beispiel ein Osteoporoserisiko. Hemmstoffe der Blutplättchen, wie zum Beispiel Aspirin, reichen definitiv nicht aus, um dieses Schlaganfallrisiko zu verhindern. Natürlich erhöhen auch alle diese blutverdünnten Medikamente das Blutungsrisiko. Das liegt in der Natur der Sache. Und auch das Blutungsrisiko geht in die Überlegung mit ein, ob der Patient behandelt werden sollte oder nicht. Letztendlich ist es aber oft so, dass die Patienten sowohl ein hohes Schlaganfall wie auch ein hohes Blutungsrisiko haben. Und in der Regel geht man dann eher das Blutungsrisiko ein und versucht, den Schlaganfall zu verhindern, der in den allermeisten Fällen für den Patienten doch schwerwiegender ist, auf die lange Dauer gesehen, als eine Blutung. Trotzdem sollte man das Risiko für Schlaganfall und Blutung immer wieder neu evaluieren, um dann gegebenenfalls auch Konsequenzen zu ziehen. Was können wir tun, wenn ein Patient aber immer wieder zum Beispiel eine Magenblutung hat und deshalb einfach keine Blutverdünner nehmen kann? Auch hier gibt es eine Möglichkeit, nämlich der sogenannte Vorhofohrverschluss. Ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, dass die meisten der Blutgerinnsel in diesem Vorhofohr entstehen und wir können in das Vorhofohr eine Art Stöpsel einsetzen. Das machen wir durch eine Katheteruntersuchung. Damit ist dann das Vorhofohr von der Blutversorgung ausgeschlossen und es können hier zwar Gerinnsel entstehen, meistens gerinnt das dann auch zu, aber diese Gerinnsel können eben nicht mehr sich wegbewegen und nicht mehr in das Gehirn rutschen und dort einen Schlaganfall verursachen. Trotzdem wird diese Art der Therapie nur dann gemacht, wenn der Patient wirklich keine Blutverdünner einnehmen kann, weil natürlich auch dieser Kathetereingriff ein gewisses Risiko hat. So viel aus meiner Sicht zum Thema Schlaganfall und Blutverdünnung und damit danke ich Ihnen zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit und werde gerne mit Ihnen später noch Ihre Fragen diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank Frau Professor Tiefenbacher für dieses eindrückliche Plädoyer bei Vorhofflimmern das Schlaganfallrisiko nicht zu unterschätzen. Ausführlich wird dieses Thema unter anderem auch in unserer 120-seitigen Sonderbroschüre übrigens behandelt. Da gibt es extra einen Artikel zum Thema Gerinnungshemmer. Tja und ebenso spannend ist natürlich die Frage, wie sich denn Vorhofflimmer sicher feststellen lässt, wenn es oft doch gar keine Beschwerden macht. Und dann kommt hier die moderne Technik sprichwörtlich zum Tragen. Und Technik ist außerdem gefragt, wenn es um die sogenannte Katheterablation geht. Und genau damit gebe ich jetzt das Wort an Professor Dänicke für unseren zweiten Impulsvortrag. Ja, vielen Dank Frau Ney, lieber Herr Vogtländer, liebe Christiane, verehrte Damen und Herren. Ich bin kardiologischer Elektriker, das heißt ich kümmere mich um Herzrhythmusstörungen, behandle Herzrhythmusstörungen gezielt. Insofern ist das ein spannendes Thema und wir haben gerade schon gehört, Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit. Was können wir also alles tun, um dem Herr zu werden? Und es hat in den letzten Jahren einige Dinge gegeben, die gerade, was die technologische Darstellung von Vorhofflimmern vereinfacht hat. Sie haben sicherlich alle mal solche Szenarien gelesen, hier aus der Rainbow Press. Die Apple Watch hat gerade eine Möglichkeit, EKGs aufzuzeichnen und hat schon mein Leben gerettet. Das ist vielleicht etwas reißerisch, aber zum Teil trifft es eben doch den Punkt, dass man sagt, es können Komplikationen von Herzrhythmusstörungen eventuell auch durch eine sehr frühzeitige Diagnostik mittels dieser kleinen Gadgets optimiert werden. Und diese Wearables gibt es in unterschiedlichster Form. Es gibt eine Vielzahl von tragbaren Funktionsgeräten, Smartwatches, Smartphones, die ermöglichen, Herzrhythmusstörungen zu dokumentieren. Mehr oder weniger gut, mehr oder weniger effizient. Es gibt sogar T-Shirts, aufklebbare Patches, vereinzelt auch Brillen, die das ermöglichen sollen. Ich möchte aber davon abraten, einfach irgendeines dieser Systeme zu kaufen und dann der Hoffnung aufzulaufen, dass man hierdurch sicher Vorhofflimmern detektieren kann. Es gibt aber zertifizierte Systeme, Smartwatches, die zur Vorhofflimmerdetektion eben auch zugelassen sind. Hier sind die, die in Deutschland verfügbar sind und die in Deutschland, also in Europa zertifiziert sind, zum Teil auch in den USA zertifiziert sind, aufgezeichnet. Und diese Systeme sind dafür vorgesehen, auch Vorhofflimmern klinisch so zu diagnostizieren, dass man daraus eine therapeutische Konsequenz ziehen könnte. Prinzipiell gibt es zwei unterschiedliche technische Funktionen und ich möchte nicht viel in die Technik eingehen, aber zumindest einmal sagen, dass es eine kontinuierliche Überwachungsoption gibt. Das ist basiert auf der, den pulsatilen Fluss des Blutes in den oberflächlichen Hautgefäßen, die über die, die über die tragbaren Systeme abgeleitet werden kann. Und diese Systeme schauen einfach, ist das Ganze regelmäßig oder ist es unregelmäßig? Wenn es unregelmäßig ist, könnte es, und da stecken Rechnen, Rechenprozesse hinter, könnte es beispielsweise Vorhofflimmern sein. Den Durchbruch haben diese Systeme alle dadurch erzielt, dass sie eben zusätzlich zu dieser kontinuierlichen Funktion auch noch die Möglichkeit haben, EKGs aufzuzeichnen. Und das ist etwas, was sich in der Vergangenheit als sehr, sehr hilfreich herausgestellt hat. Hier mal das am häufigsten verwendete Beispiel der Apple Watch, die bei Bedarf ein EKG aufzeichnen lässt und somit hochauflösendes EKG-Dokument 30 Sekunden lang von den Rhythmusstörungen zu kreieren. Zusätzlich zu der internen Überwachung, ist der Puls regelmäßig oder unregelmäßig, kann ich dann halt auch gezielt zu bestimmten Zeitpunkten eben ein EKG aufzeichnen. Sodass man zusammengefasst sagen kann, wann ist so etwas sinnvoll? Wenn ich mir eine Apple Watch oder eine Smartwatch kaufen möchte, worauf muss ich achten? In der Regel ist, sie werden die ja nicht dazu verwendet, EKG-Diagnosen zu machen, sondern sie sind Lifestyle-Produkte, sie dienen der Dokumentation der körperlichen Fitness. Aber in Einzelfällen kann man auch hieraus relevante klinische Rückschlüsse ziehen. Ein Szenario ist das, was die Christiane Tiefenbacher gerade gesagt hat, nämlich die Evaluation des Schlaganfallrisikos. Bei Menschen, die über 75 sind, die bestimmte Risikofaktoren haben, kann das Vorhofflimmern als Dokument dann auch bedeuten, dass auch wenn sie asymptomatisch sind, dass hieraus eine Blutverdünnung resultieren muss. Ganz entscheidender Punkt, inwieweit das in der Klinik funktioniert, wird in Studien gerade untersucht. Es gibt aber eben auch die Patienten, die sehr selten episodenhaftes Herzrhythmusstörungen haben, die bisher nie im Langzeit-EKG oder im normalen EKG beim Hausarzt aufgezeichnet wurden. Diese Patienten haben über diese Systeme die Möglichkeit, ein EKG-Dokument, wenn es auch sehr selten ist, eben ein EKG-Dokument in einer solchen Phase aufzuzeichnen. Generell, und das ist auch schon angeklungen, halte ich es dringend für notwendig, bei jedem, unabhängig davon, wie das Schlaganfallrisiko ist, bei jedem Patienten oder jedem Anwender von Smartwatches, die Vorhofflimmern dokumentiert haben, eben auch einmal genauer am Herzen nachzugucken, ist da alles in Ordnung. Häufig könnte es eine Herzschwäche sein, es könnte eine Bluthochdruckerkrankung dahinter stecken. Es können auch andere Erkrankungen wie Herzklappenerkrankungen eine Rolle spielen, die dann eben auffallen, sodass das immer ein Trigger sein sollte, hier ärztlicherseits dann vorzugehen und als Patient eben mit diesem Dokument beim Arzt vorzusprechen. Das, wenn ich das so betone, bedeutet es, dass eben alleine das System keine eigenständige Diagnose stellen kann, sondern hierzu brauchen wir versierte Kardiologen, versierte Kollegen, die sich mit diesen EKGs auskennen. Wir setzen es beispielsweise auch in der Nachuntersuchung unserer Patienten nach bestimmten Rhythmusinterventionen ein, um zu sehen, wie häufig sind noch Rhythmusstörungen, gibt es eventuell noch andere Rhythmusstörungen oder Ähnliches. Und das zusammengefasst bedeutet also, sowohl asymptomatische als auch symptomatische Anwender von Smartwatches oder Wearables haben die Möglichkeit darüber, eine Verbesserung der Diagnostik, eine höhere Sensitivität und Spezifität ihrer Diagnose zu erzielen. Es wurde bereits gesagt, dass Vorflimmern eine Volkskrankheit ist, die häufigste Herzrhythmusstörung, mit der wir es zu tun haben. Es kann episodenhaft sein, es kann anhaltend sein, es kann Beschwerden machen, es muss aber auch keine Beschwerden machen. Circa 90 Prozent der Patienten, die Vorflimmern haben, haben Einschränkungen wie beispielsweise Luftnot, Belastungseinschränkungen, Schwindel, Herzstolpern. Aber in einzelnen Fällen ist eben auch der Schlaganfall das erste Symptom von Vorhofflimmern. Das wollen wir natürlich alle nicht. Wir wissen aber auch zusätzlich, dass zwei Drittel der Patienten, die bereits dokumentiertes Vorflimmern haben, eben auch asymptomatische Phasen haben, die sie nicht merken, weil sie beispielsweise nachts sind oder weil sie da diesbezüglich abgelenkt sind oder sich dadurch nicht beeinträchtigt fühlen. Inwieweit das gehen kann und wie stark diese Einschränkung sein kann, möchte ich Ihnen nur anhand eines Beispiels eines amerikanischen Basketballprofis darstellen. 35 Jahre, der vor vielen Jahren einmal eine Episode vom Vorhofflimmern hatte. Dann, dadurch, dass das immer häufiger geworden ist, letztendlich sich 2021 aus dem Profisport zurückgezogen hat. Er hat gesagt, ich kann das nicht mehr. Das beeinträchtigt mich so in meiner Fitness, dass ich damit nicht mehr professionell Basketball spielen kann. Ein sehr guter Spieler, siebenfacher NBA-Star. Letztendlich hat er sich dann effektiv behandeln lassen, in diesem Falle Katheter-Eingriff und konnte dann in diesem Jahr auch wieder in der NBA erneut spielen. Sie sehen also, es ist alles möglich, massivste Einschränkungen, aber auch eine, in Anführungsstrichen, Heilung. Und da bin ich nun bei dem Thema, dem zweiten Thema, nämlich der Katheter-Behandlung, denn eine Heilung dieser Herzrhythmusstörung ist nur dann wirklich möglich. Und Heilung meine ich jetzt etwas überspitzt, weil es sich hierbei ja um eine Herzrhythmusstörung handelt, die prinzipiell immer wiederkehren kann. Aber es ist ein elektrisches Chaos der Vorkammern. Und wie Frau Tiefenbacher gerade schon gesagt hat, die häufigste Ursache sind, wie Sie hier sehen, falsche Zündkerzen, die in den Lungenvenen, also auf der linken Seite des Herzens der linken Vorkammer sitzen. Meistens ist es aber nicht nur eine falsche Zündkerze, sondern es sind mehrere. Es können auch an unterschiedlichen Stellen diese falschen Zündkerzen sein. Zusätzlich wissen wir durch Analysen dieser Herzrhythmusstörung, dass dazu noch feinste kleine Kreiserregungen kommen in den Vorhöfen, die an unterschiedlichen Stellen in den Vorhöfen lokalisiert sein können. Es können aber auch größere Kreiserregungen noch Teil dieser Rhythmusstörung sein, die auch die rechte und die linke Vorkammer mit beeinflussen, sodass es letztendlich eine komplexe Herzrhythmusstörung ist, die nicht bloß einfach mit einem Medikament oder mit einer Katheterbehandlung behandelt werden kann, sondern hierzu sind komplexe Eingriffe notwendig, die durch die Katheterablation aber zum großen Teil sehr effizient gemacht werden können. So sieht eine solche Katheterablation dann letztendlich aus. Man braucht Katheter im Herzen in der linken Vorkammer, die man hier sieht. Das ist ein Röntgenbild, wo man den Katheter bewegt. Das ist ein sogenannter Lasso- oder diagnostischer Katheter, der hier auch abgebildet in der dreidimensionalen Struktur des Herzens über spezielle Computersysteme das Herz abtasten kann und somit dann diese Lungenvenen, das sind diese feinen Strukturen, identifizieren kann, die dann letztendlich auch im Endeffekt so umfahren werden können, hier mit einem Punkt-für-Punkt-Verfahren, um so elektrisch diese falschen Zündkerzen vom Rest der Vorkammern zu trennen, aber die Vorkammern auch noch auf andere Herzrhythmusstörungen und Vernarbungen hin analysieren kann. Die Erfolgsraten liegen bei 60 bis 85 Prozent ab, hängt von vielen Faktoren, vor allen Dingen aber von möglichen Gleiterkrankungen ab. Die Katheterbehandlung ist allerdings effektiver als jede Medikamentenbehandlung. Das haben unterschiedlichste Studien auch im verblindeten Vergleich gezeigt. Die Katheterablation hat eine wesentlich höhere Effektivität und verbessert dementsprechend auch die Lebensqualität relevant besser als es Medikamente ermöglichen, was dazu geführt hat, dass ja auch zunehmend auch in den Leitlinien diese, die Katheterablation sehr in den Vordergrund geführt wird. Meines Erachtens auch zu Recht. Zum Schluss möchte ich Ihnen nur zwei stichwortartige Studien zeigen, die das belegen. Zum einen die Cabana-Studien, zum anderen die EASDAF-Net. Vier Studien, brauchen Sie sich die Namen nicht merken. Nur was man sehen kann, in einem großen Kollektiv von über 2000 Vorflimmerpatienten im Vergleich Katheterablation mit Medikamententherapie schneidet die Katheterablation relevant besser ab bei allen Endpunkten, scheint aber auch, wenn sie denn effektiv durchgeführt wird, Überlegenheit bezüglich möglicher Komplikationen des Vorflimmers zu beinhalten. Und zum anderen, die EASDAF-Net4-Studie hat gezeigt, dass wenn man das macht, dann nach Möglichkeit sehr frühzeitig, um so nach Möglichkeit die Prognose der Patienten frühzeitig zu verbessern, das heißt Katheterablation und Medikamentenbehandlung zur Rhythmusstabilisierung möglichst frühzeitig. Und hierzu gibt es unterschiedliche Zentren. In Deutschland gibt es ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die diese Zentren zertifiziert. Sie sehen hier eine Landkarte der Deutschen, in Deutschland zertifizierten Zentren, die sich mit diesem Thema der Katheterbehandlung von Vorflimmern sehr intensiv beschäftigt haben. Insgesamt fast 50 Zentren, die zeigen, dass diese Therapie mit einer sehr, sehr geringen Komplikationsrate behaftet ist. Und sie brauchen sich nicht an der Größe dieser Punkte zu stoßen. Sie haben keine Bedeutung. Ich konnte es nur nicht anders darstellen. Letztendlich gibt es deutschlandweit eine Vielzahl von effizienten Zentren, die sich intensiv mit der Therapie vom Vorflimmern beschäftigen. Einen Punkt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss machen. Wo das Vorhofflimmern ein wirklicher, in Anführungsstrichen, Killer sein kann, ist nämlich bei Patienten mit einer Herzschwäche. Hier führt das Vorhofflimmern weiter zu einer Verschlechterung der Herzschwäche auf der einen Seite und eine effektive Behandlung kann hier den Verlauf dieser Erkrankung verbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Professor Tehnecke, für diesen spannenden Vortrag. Und natürlich auch zu diesen von Ihnen erwähnten Themen finden sich passende Beiträge in unserer Sonderbroschüre zu den Herzwochen. Mitglieder der Deutschen Herzstiftung, die erhalten übrigens dieses Heft automatisch und kostenfrei. Tja, und bei anderen Interessierten, da freut sich die Herzstiftung über eine kleine Spende. Denn die Broschüre wird mit viel Aufwand, Herzblut und Energie produziert. So, jetzt haben wir auch schon die erste Frage da. Und damit wir die Zeit, die uns bleibt, gut nutzen, fange ich direkt mal an. Professor Tehnecke, wir haben eine Frage von einem Patienten, G.H.T., der sagt, ich gehöre zu den Patienten, bei denen das Vorhofflimmern nur zufällig entdeckt wurde und die eigentlich nie Beschwerden deswegen verspürten. Und eine Cardioversion war auch zunächst erfolgreich für zwölf Monate und dann ist das Vorhofflimmern aber jetzt wieder da. Zuerst intermittierend, inzwischen seit zwei Monaten ständig. Er nimmt einen Blutdruck, einen Verdünner, Eliquis für die Blutverdünnung. Seine Frage ist jetzt, ist in diesem Fall auch eine Behandlung per Katheter angeraten oder eher nicht, um bei der Beschwerdefreiheit der einen Seite und Restrisiken einer Katheterablation auf der anderen Seite gegeneinander abzuwägen sind? Also eine sehr wichtige Frage. Die Katheterablation ist bisher eine rein symptomatische Therapie. Das heißt, es geht hier um eine Optimierung der Lebensqualität. Das bedeutet andererseits auch, wenn wir wirklich keine Einschränkungen durch das Vorhofflimmern haben. Da muss man aufpassen, dass man kein erhöhtes Schlaganfallrisiko hat, was eben mit den Blutverdünnern sehr gut möglich ist. Aber man muss nicht zwingend gegen das Vorhofflimmern etwas machen. Dennoch kann das Vorhofflimmern eben ein Hinweis dafür sein, dass am Herzen beispielsweise der Blutdruck nicht stimmt, dass es an den Herzklappen Problemen gibt oder ähnliches. Das heißt, wenn das alles abgeklärt und untersucht ist, muss man erstmal nichts dagegen machen. Die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten Patienten, die meinen, asymptomatisch zu sein, letztendlich häufig dann doch irgendwann Beschwerden haben, die sie gar nicht so auf das Vorhofflimmern zurückführen können. Insofern ist auch der Weg über den Elektroschock, also über die Kardiversion sehr sinnvoll zu schauen. Gibt es einen Unterschied vom Vorhofflimmern vor dem Elektroschock und nachher zum regelmäßigen Rhythmus? Aber wenn das alles nicht der Fall ist, muss man nicht zwingend gegen das Vorhofflimmern etwas machen. Vielen Dank. Wir haben auch gleichzeitig mehrere Fragen zur Altersbegrenzung für eine Katheterablation. Gibt es denn dazu offizielle Empfehlungen? Und ja, vielleicht an Sie, Professor Vogländer, wie halten Sie es zum Beispiel an Ihrer Klinik? Bis wann kann man das machen? Bis zu welchem Alter? Sehr gute Frage. Alter ist ja ein sehr dehnbarer Begriff und wir hatten es vorhin schon kurz, das neue 80 ist 90 oder das neue 70 ist 80 und umgekehrt. Also viel, viel jünger sind die Patienten teilweise sehr fit noch mit guter kardialer Grundkonstellation. Und immer dann, wenn die Geometrie des Herzens noch nicht so sehr gestört ist und der Patient insgesamt einen guten Allgemeinzustand hat, finde ich, können auch ältere Patienten von der Applation sehr profitieren. Und da gibt es auch Sonderkonstellationen, wenn beispielsweise durch das Vorhofflimmern eine Herzschwäche passagier aufgetreten ist, sind das aus meiner Sicht auch gute Kandidaten, die auch bei höherem Alter einer Therapie mittels Applation zugeführt werden können. Es hängt natürlich immer davon ab, wie ist die kardiale Situation insgesamt? Und wie ist die Verfassung des Patienten insgesamt? Vielen Dank. Wir haben eine Frage, eine weitere von einer Patientin. Sie möchte gerne wissen, sie hat eine Katheterapplation und eine Kardioversion im vergangenen November gehabt. Sie nimmt seitdem Medikamente unter anderem als Beta-Blocker, Bisoprolol, das Phlecainit als Antiarrhythmikum und zur Blutverdünnung noch Lixianer. Jetzt wurde bei einem Langzeit-EKG im Mai diesen Jahres ein stabiler Sinusrhythmus festgestellt und sie stellt sich jetzt die Frage, wie weit muss ich denn die Medikamente noch nehmen? Gerade bei Gerinnungshemmern stellen ja viele Patienten aus Furcht vor dem erhöhten Blutungsrisiko. Genau diese Frage. Vielleicht Frau Professor Tiefenbacher, weil Sie das Thema Blutgerinnungshemmer hatten. Ja, also das ist tatsächlich eine Frage, die diskutiert wird, die sehr intensiv diskutiert wird, auch momentan wieder. Im Moment ist es so, dass in den Leitlinien noch empfohlen wird, die Blutverdünnung auf jeden Fall fortzuführen, weil man nie hundertprozentig sicher sein kann, dass nicht doch Vorhofflimmern auftritt, wenn auch vielleicht in geringerem Ausmaß als früher. Aber es kann ja zum Beispiel auch mal nachts auftreten und letztendlich ist der Vorhof ja bei solchen Patienten meistens verändert. Also insofern hat man immer das Schlaganfallrisiko, das wird durch die Vorhofflimmerablation nicht ausgeschaltet und auch nicht durch die Medikamente. Insofern würde man die Blutverdünnung auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Über das Flecanid kann man jetzt diskutieren. Eigentlich hat man eine Ablation gemacht und wenn man davon ausgeht, dass das erfolgreich ist, dann muss man nicht unbedingt ein antiarrhythmisch wirksames Medikament wie das Flecanid eben ist, weiternehmen. Es kann natürlich sein oder erhöht sicherlich die Chance, dass ohne das Flecanid das Vorhofflimmern eher wieder auftritt als mit Flecanid. Aber dafür hat man natürlich auch die Nebenwirkungen, mit denen man dann auch leben muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kann ich da noch einmal dazu beitragen. Wir machen da die Katheterablation nicht, damit ein Patient seine Blutverdünnung absetzen kann, sondern genau das Gegenteil. Damit hat das gar nichts zu tun. Es geht wirklich rein um eine Verbesserung der Lebensqualität. Und wie die Christiane gerade gesagt hat, würde man die Medikamente auch danach, gerade in der frühen Phase nach, nicht verändern. Und die Blutverdünner sind dann weiterhin indiziert. Ich sage immer einmal vorflimmern, immer vorflimmern. Das heißt also, wenn man das einmal dokumentiert hat, wissenschaftlicher Stand heute, sollte man die Blutverdünner, wenn sie indiziert sind, dann auch dauerhaft weiternehmen. Ob das in Zukunft weiter so sein wird oder ob wir andere Strategien entwickeln können, vielleicht auch unter Zuhilfenahme dieser Wearables, die einem ja sehr genau sagen, wann vorflimmern auftreten kann, wissen wir nicht. Wie gesagt, heutiger Stand der Wissenschaft und auch in den Leitlinien, Blutverdünner weiter. Stichwort Wearables. Wir hatten eine Frage reinbekommen. Da ging es darum, dass die Smartwatch zeigt an 180 Schläge auch in Ruhe, aber nicht vorhofflimmern. Wie verlässlich ist denn so eine Aussage, Professor Dienicke? Ist schwer zu sagen. Die allermeisten Smartwatches machen ab einer Herzfrequenz, ich glaube, von 120 gar keine Analyse mehr, ob es vorhofflimmern sein könnte oder nicht. Insofern steht in der Regel da auch nicht kein Vorhofflimmern, sondern es steht nur Rhythmus nicht analysierbar. Das große Problem der Smartwatches ist, wenn sie nicht auch gleichzeitig die Funktion haben, ein EKG aufzuzeichnen. Die EKG-Dokumentation hat gezeigt, dass es eben immer mal wieder falsch positive, falsch negative Auswertungen gibt, die eben nur anhand eines EKGs auch wirklich gezielt dann dokumentiert werden können. Deswegen alleine basierend auf dem, was die Smartwatch einem sagt, würde ich nie eine Therapie einleiten oder eine Therapieentscheidung machen, aber in Kombination EKG plus entsprechender Dokumente, die mir zeigen, das ist vorhofflimmern und das können diese Ein-Kanal-EKG-Streifen sehr genau, dann reicht das auch aktuell leitliniengerecht, dann eine Therapie einzuleiten. Aber wie gesagt, man braucht dafür etwas mehr als bloß den Hinweis, der Smartwatch pulst unregelmäßig oder zu schnell. Trotzdem, wenn ich mich kurz einschalten darf, hat das die EKG-Dokumentation mit der Apple Watch oder anderen Techniken schon die Welt ein bisschen geändert, weil gerade das Thema Langzeit-EKG, bei dem wir ja häufig das Problem haben, innerhalb von 24 Stunden die Rhythmusstörung zu erfassen, die wir erfassen möchten und die dann vielleicht nicht auftritt, ist mit der Apple Watch schon eine neue Möglichkeit, Menschen zu helfen, die immer mal wieder, aber nicht innerhalb der 24 Stunden, die wir beobachten, Rhythmusstörungen bekommen. Und gerade das EKG ist folgig von hoher Qualität, sodass man dann, wenn Kali Lobe das sich auch angeguckt hat, entsprechende Diagnostik machen kann. Da hat sich die Welt schon geändert. Ich glaube, da spreche ich auch in Ihrem Sinne. Also absolut. Das ist einer der großen Bereiche. Ich hatte das ja auch als eines der Szenarien aufgeführt. Was man eben dafür braucht, ist die Symptomatik. Das heißt also, ein Patient, der nicht weiß, dass er Herzrhythmusstörungen hat, der kriegt natürlich auch darüber jetzt nicht den Impuls, einen EKG aufzuzeichnen. Das ist eben das, was den aktiven Prozess beinhaltet in dieser Dokumentation. Die reine Aufzeichnung der Regelmäßigkeit des Pulses kann hilfreich sein, ist aber fehlerbehaftet. Insofern, da muss man etwas vorsichtig sein mit dem EKG zusammen. Und jemandem, der sich mit diesen EKGs auskennt, vollkommen richtig, Herr Vogtländer, ist das ein absoluter Segen. Leider müssen die Smartwatches immer auch mal geladen werden. Wenn gerade dann die Rhythmusstörungen auftreten, hat man ein kleines Problem. Kleines Risiko bleibt immer. Eine Frage gab es auch, wir haben jetzt viel gehört, wie erfolgreich die Applation sein kann. Aber eine Patientin fragt, nach dreimaliger erfolgloser Applation wurde bei ihr das Hissbündel durchtrennt. Das sind also auch Nervenzellen oder Herzzellen, die mit zum Erregungsleitungssystem im Herzen gehört. Die wurden durchtrennt und es wurde ein Schrittmacher implantiert. Sie nimmt auch weiterhin Blutfünder, in dem Fall Markuma. Und die Patientin möchte gerne wissen, welche Alternativen bei ihr dann bestehen, erst nach bestehender dreimaliger Applation? Ja, also nach dreimaliger Applation wird es dann schon sehr schwierig. Und man hat ja im Grunde genommen auch schon aufgegeben, das zeigt diese Therapieform der Hiss- oder AV-Knoten-Applation. Das heißt, dadurch verhindert man, dass das Vorflimmern von der Vorkammer auf die Hauptkammer übergeleitet wird. Das heißt, das Vorflimmern besteht weiterhin und das hat man eben auch nach dreimaligen Versuchen nicht wegbekommen. Und was man jetzt durch die Applation bewirkt, ist, dass einfach der Herzschlag nicht mehr so schnell ist. Und bei manchen Patienten, das hatten wir vorhin auch schon besprochen, werden eben sehr viele von diesen elektrischen Aktivitäten der Vorkammer übergeleitet. Und die haben dann zum Beispiel eine Frequenz von 190 oder 180. Und da bleibt dann, wenn es medikamentös auch nicht geht, tatsächlich nur diese Option. Aber damit ist dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Also mehr kann man dann nicht mehr tun. Aber diese Patientin wird unter dem Vorflimmern nicht mehr leiden, weil sie es jetzt einfach nicht mehr merken kann. Wenn ich jetzt auch ergänzen darf, das ist schon auch für einige Patienten eine sehr gute Option. Der Schrittmacher muss natürlich funktionieren, weil der AV-Knoten dann nicht mehr funktioniert. Aber das ist heutzutage eigentlich in ganz überwiegendem Anzahl oder es gibt praktisch keine Ausnahmen, dass der Schrittmacher nicht funktionieren sollte. Wir nennen das ja eine Tachyarrhythmie, die dann sehr symptomatisch wird. Und viele Patientinnen sind es häufig, ältere Patientinnen haben im Rahmen dieser Tachyarrhythmie nicht nur sozusagen Probleme wegen des Rhythmus, sondern entwickeln dann auch eine schwere Herzinsuffizienz. Und für die ist das gerade, wenn eine Applation so häufig nicht gelungen ist und möglicherweise auch die antirhythmische Therapie, also die rhythmostabilisierende medikamentöse Therapie nicht erfolgreich war, schon eine gute Option, die man sich immer gut überlegen muss. Die Herzstiftung fördert gerade sogar ein Projekt, was diese Therapie nochmals analysiert aus Wiesbaden und schaut, die Gruppe, die sozusagen dieses, wir nennen das Pace and Ablate, also einen Schrittmacher bekommt und eine Applation des AV-Knotens versus eine Gruppe, die konventionell therapiert wird. Also ein wichtiges Thema für eine allerdings relativ kleine Gruppe von Patienten am langen Ende. Wir haben auch nochmal eine generelle Frage zum Thema Blutgerinnungshemmung. Wann man es versuchen kann, ohne Medikament zu versuchen, weil offensichtlich doch die Furcht vor dem Blutungsrisiko relativ hoch ist. Vielleicht auch zur Einschätzung, wie hoch ist dieses Risiko überhaupt? Und nochmal, wie oft muss das Vorhofflimmern denn aufgetreten sein? Also es wirklich reicht schon ein einmaliges Auftreten, dass man sagt bei entsprechender Risikokonstellation, doch es sollte Blutgerinnungshemmer genommen werden. Frau Professor Tiefenbacher. Ja, also wenn es erst einmal aufgetreten ist, kann ich natürlich darüber diskutieren. Einmal ist keinmal, aber die Erfahrung zeigt eben, dass es dann doch häufiger auftritt und je älter man wird, desto häufiger kommt es eben. Und letztendlich hängt dann eben die Blutverdünnung von diesem Chats-Was-Score ab. Und ich habe vorhin auch erwähnt, dass wir auch immer diesen Has-Blad-Score, also das Blutungsrisiko, parallel mit evaluieren. Aber in der Regel wird der Patient zunächst mal mit Blutverdünnern behandelt und das Risiko für eine tödliche Blutung ist Gott sei Dank sehr, sehr, sehr gering. Es kann natürlich mal zu Magenblutungen kommen oder wenn man zum Beispiel Gefäßmissbildung im Darm hat, dann kann es öfter mal sein, dass man kleine Blutungen hat, auch Blut verliert. Dann versucht man natürlich zunächst mal diese Blutung im Darm zu beheben oder da diese Gefäßmissbildung zu behandeln. Und wenn das aber alles nicht geht, dann haben wir eben als Alternative diesen Vorhof-Ohr-Verschluss, den ich ja gerade auch erwähnt hatte. Aber generell kann man vielleicht nochmal sagen, also komischerweise haben immer alle viel mehr Angst vor der Blutung als vor dem Schlaganfall. Es gibt viel mehr Menschen, die eine Behinderung nach einem schweren Schlaganfall haben als nach einer schweren Blutung. Und deshalb muss man diese Ängste den Patienten vielleicht auch nehmen, indem man da so ein bisschen mit Maß und Zahl argumentiert. Und deshalb sage ich nochmal, schwere, tödliche Blutungen sind extrem selten. Und mit den neuen Medikamenten auch das Risiko für Hirnblutungen im Übrigen sehr, sehr, sehr gering geworden. Schon mal sehr beruhigend zu hören. Gibt es denn zwischen den Substanzen Unterschiede? Oder kann man sagen, ist es eine Substanz genauso gut wirksam wie die andere? Wonach würden Sie zum Beispiel auswählen, welchem Patienten Sie welchen Blutverdünner verordnen würden? Also wenn ich das auch noch beantworten darf. Also zunächst unterscheidet man ja zwischen Markomar und diesen neuen Substanzen. Vom Markomar ist man so ein bisschen weggekommen. Zum einen wegen dieser Kontrollen, die eben auch zeigen, dass manche Patienten sehr schwer einzustellen sind mit ihrem Blutungs-, mit dem Wert, den man erreichen sollte, mit dem sogenannten INR-Wert. Das heißt, mal ist das Blut zu dünn, mal ist es zu dick und mal ist es aber auch richtig. Und der zweite Punkt ist, dass eben diese neueren Medikamente tatsächlich insgesamt ein etwas niedrigeres Blutungsrisiko haben, vor allem was das Risiko für Hirnblutungen angeht. Und da sind alle vier Substanzen zunächst mal in etwa gleich. Die Unterschiede betreffen eher die Einnahmehäufigkeit. Zwei dieser vier Substanzen nimmt man zweimal täglich, zwei nimmt man einmal täglich. Da gibt es dann auch wieder Vor- und Nachteile und auch ein bisschen Patientenwunsch. Die einen sagen, ich nehme lieber nur morgens eine, dann vergesse ich die abends nicht. Und die anderen sagen, ich nehme sowieso morgens und abends, dann teile ich das lieber auf. Und dann gibt es noch bestimmte Aspekte, zum Beispiel im Hinblick auf Nierenfunktion oder Alter des Patienten oder die Begleitmedikation. Und da gibt es dann noch Gründe, warum man sich im Einzelfall eher für das eine oder für das andere dieser vier neuen Substanzen entscheidet. Vielen Dank. Wir haben noch eine wichtige Frage, die wir noch gar nicht thematisiert hatten, nämlich wie kann man denn im Vorfeld darauf Einfluss nehmen, dass man gar kein Vorhofflimmern bekommt? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten über die Ernährung, über Bewegung, über Gewichtsreduktion? Ja, das war eine sehr gute Frage für Professor Klenner, weil da ja die Deutsche Herzstiftung auch sehr viele gute Empfehlungen gibt. Ja, also vieles ist in der Tat ein bisschen schicksalshaft. Also man kann das Vorhofflimmern nicht komplett weg trainieren zum Beispiel. Dennoch ist mäßiges körperliches Training gut. Auf der anderen Seite Marathonläufer oder Leistungssportler im Ausdauerbereich haben sogar ein bisschen höheres Risiko, ein Vorhofflimmern zu bekommen. Die meisten, die jetzt zuhören, werden kein Marathon laufen, sondern mäßiges Ausdauertraining machen und das ist gut zur Vorbeugung. Insgesamt sind alle Maßnahmen gut, die eine Grundproblematik, eine kardiovasculäre Grundproblematik bekämpfen. Das heißt also im Großen ist es die Reduktion des Risikofaktorenprofils. Ein gut eingestellter Bluthochdruck, der sehr häufig ist. Jeder Zweite über 50 hat einen hohen Blutdruck. Also ein gut eingestellter Bluthochdruck ist eine ganz entscheidende Maßnahme, um das Auftreten von Vorhofflimmern zu verringern. Auch die Frage koronare Herzerkrankung ist immer verbunden mit der Reduktion des Risikofaktorenprofils. Auch wenn die nicht auftritt, ist das Vorhofflimmern auch eher seltener. Auch eine frühzeitige Analyse, wie ist überhaupt mein kardiovaskulärer Status? Habe ich einen Herzfehler? Ja, nein. Um dann früh zu reagieren, kann dann, wenn das früh erkannt wird, früh behandelt wird, auch das Auftreten eines Vorhofflimmerns begrenzen. Viele Patienten überlegen sich, wenn sie Vorhofflimmern haben, habe ich irgendwie was verkehrt gemacht? Habe ich zu wenig geschlafen? Habe ich zu viel geschlafen? Habe ich zwei Glas Wein zu viel getrunken, zu wenig getrunken? Den kann man eigentlich versichern, das hängt so nicht so ganz eng zusammen. Es gibt zwar Patienten, die schildern, nach einem Glas Rotwein gibt es das häufiger des Vorhofflimmern, aber das löst im Kern nicht das Problem Vorhofflimmern, sondern das ist abhängig einmal von der Disposition generell und abhängig von den genannten Risikofaktoren. Und da darf ich vielleicht noch ergänzen, ein Punkt, der sicher auch in den letzten Jahren ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist, ist das Körpergewicht. Also das spielt doch eine erhebliche Rolle und ein hohes Körpergewicht senkt auch deutlich die Chancen für einen Therapieerfolg der Ablation. Und deshalb ist also eine gesunde Ernährung und möglichst Gewichtsabnahme, wenn man dann übergewichtig ist, ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es ja auch von der Deutschen Herzstiftung tolle Broschüren zur Mittelmeerkost und so weiter. Also das ist sicherlich empfehlenswert. Wir haben jetzt noch eine weitere Frage und zwar geht es um die Schwere der Symptomatik. Lässt sich anhand dieser Schwere denn irgendetwas ablesen, ob das Vorhofflimmern besonders schädigend ist? Also macht das ein Unterschied für den einzelnen Patienten? Gibt es vielleicht auch in der Symptomatik Unterschiede zwischen Männern und Frauen, so wie man es manchmal bei der Herzinfarktsymptomatik auch kennt? Also wenn ich ganz kurz anfangen darf, es gibt eine Klassifikation, sogenannte Ära-Klassifikation zum Ausmaß der Symptomatologie beim Vorhofflimmern. Und im klinischen Alltag oder wenn wir Patienten sehen, ist es tatsächlich eine ganz große Bandbreite. Es gibt häufig auch jüngere Patienten mit Vorhofflimmern, die sehr, sehr starke Symptomatik haben, die auch sagen, ich kann das kaum mehr als paar Stunden akzeptieren, wenn das Vorhofflimmern da ist, bis hin zu einer Symptomatik, die man auch sehr geschickt in der Anamneseführung herausarbeiten muss, zum Beispiel bei Belastung. Das ist nicht ganz selten, dass Patienten, die Vorhofflimmern haben, das Herzstolpern gar nicht so spüren, sondern mehr die Belastungseinschränkung. Das muss man ein bisschen erfragen. Also das gibt es große Unterschiede. Und umso höher die Symptomatik ist, umso eher muss man natürlich versuchen, den Sinusrhythmus wiederherzustellen mit Kardiversion, Ablation oder eben mit medikantöser Therapie. Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen gibt es, glaube ich, nur dahingegen, dass sozusagen das Auftreten vom Alter ein bisschen unterschiedlich ist. Es sind bei Frauen häufiger mal verbunden Herzschwäche-Konstellationen, die wir eine Herzschwäche mit erhaltener linksentrücklicher Funktionen nennen. Das sind häufig auch Hochdruckpatientinnen. Dass die Symptomatologie beim Vorhofflimmern ist so, zumindest die Patienten, die ich so kenne, ist nicht ganz unterschiedlich. Also da sind Männer und Frauen aus meiner Sicht ganz ähnlich. Gerade bei dieser Belastungsthematik ist es bei beiden Geschlechtern so, dass man es immer etwas herausfragen muss, aber dann aus meiner Sicht gleich häufig ist. Ich weiß nicht, ob Sie andere Erfahrungen machen, Frau Tiefenbacher. Dem würde ich eigentlich nichts hinzufügen wollen. Alles klar. Eine weitere Frage haben wir und zwar zum Thema Vorhofflimmern nach einer Herzoperation. Da geht es jetzt speziell um eine Bypass-OP. Danach ist dann in den ersten Tagen mehrfach Vorhofflimmern aufgetreten. Der Patient bekommt seitdem Eliquis zur Blutverdünnung, aber seitdem gibt es auch keine weiteren Episoden mehr an Vorhofflimmern. Die Frage ist jetzt auch von diesem Patienten, ist es denn auch nach fünf Jahren der Einnahme weiterhin nötig? Oder ist es vielleicht tatsächlich nur im Zusammenhang mit der Operation aufgetreten? Also das ist eine wichtige Frage und es ist tatsächlich so, dass nach Herzoperationen gleich welcher Art tatsächlich Vorhofflimmern häufiger auftreten kann und zwar auch häufig nur in der perioperativen Phase. Das heißt, da hat man dann tatsächlich eine Chance, dass das Vorhofflimmern weg ist. Und es gibt da auch verschiedene Studien, die sogar favorisiert haben, dass man für eine gewisse Zeit Medikamente gibt, um das Vorhofflimmern zu unterdrücken, die aber dann nicht so erfolgreich waren. Aber im Rahmen dieser Studien hat man eben gesehen, dass doch bei vielen Patienten nach vier bis acht Wochen kein Vorhofflimmer mehr auftritt. Ob man sich dann aber traut, die Blutverdünnung wegzulassen, ist dann nochmal wieder ein anderes Thema, weil wir dazu jetzt keine Langzeitdaten haben. Aber ich glaube, das kann man dann im Einzelfall entscheiden und das hängt sicherlich auch davon ab, wie hoch eben dieser CHATS-VEST-Score, also dieses Schlaganfallrisiko bei den Patienten eingeschätzt wird. Wir haben nochmals Fragen auch zum Thema Katheterablation und zwar, wie oft kann man das eigentlich wiederholen, mit welchem Abstand? Also und wann muss man tatsächlich sagen, das ist jetzt ausgereizt, nach der so und so fehlten Ablation muss man sich damit zufriedengeben, dass es offensichtlich nicht funktioniert und vielleicht dann ein anderes Verfahren oder eine andere Möglichkeit ausloten? Prof. Vogtländer, wie handhaben Sie das? Prof. Ja, also das ist auch eine ganz wichtige Frage. Es ist ja so, dass ein Patient, der sonst keine kardiale Grunderkrankung hat und Vorhofflimmern hat, also ansonsten gesund ist, natürlich eine hohe Chance hat, dass nach einer Ablation alles gut ist. Wiederum ein anderer Patient, der zum Beispiel schon eine eingeschränkte Funktion der Herzmuskulatur hat, also Pumpfunktion eingeschränkt ist, der Vorhoffleisch vergrößert ist und dennoch bei diesen Patienten der Erhalt eines Sinusrhythmus ganz wichtig ist, auch zur Behandlung der Herzschwäche in dem Fall. Da muss man akzeptieren, dass man häufiger aplatieren muss. Zwei, komplette Ausnahme, also bis zu dreimal kann schon vorkommen. Was bei den Patienten, die dann nach dreimal vielleicht nicht effektiv aplatiert werden konnten, das wird ja immer ein Tick besser, aber es sind dann möglicherweise noch andere Ecken im Herzen, die tatsächlich zum Vorhofflimmern führen. Bei diesen Patienten kann dann häufig doch das Medikament Amidaron mit eingesetzt werden, um den Rhythmus sozusagen in Kombination medikantöse Therapie, in dem Fall dann Amidaron plus interventionelle Therapie, Ablation zu stabilisieren. Und aus meiner Sicht ist gerade bei den Patienten mit einer Herzschwäche, die durch nichts anderes bedingt ist, als durch ein schnelles Vorhofflimmern, was viel häufiger ist, als wir denken und was jetzt auch mehr und mehr in den Fokus der Kardiologie gerät, gerade bei den Patienten ist es immer wert, mit allen Mitteln zu versuchen, den Sinusrhythmus zu erhalten. Also um mal eine Zahl zu nennen, bis zu drei Ablationen, das gibt es schon immer mal wieder. Eine vierte Ablation ist schon sehr, sehr selten. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch immer pauschal über Ablation an sich gesprochen. Es gibt ja natürlich nicht die Katheterablation, sondern verschiedene Verfahren. Und wir haben auch unter anderem Fragen zu einem moderneren Verfahren, der Pulsed Fill Ablation. Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt die klassische Kryo- oder Hitzeablation mache oder zu dieser neuen Methode greife? Wonach richtet sich das? Welches Verfahren ausgewählt wird an einer Klinik? Frau Prof. Tiefenmacher? Ja, also zunächst mal wählt man natürlich das Verfahren, das das einfachste ist und die besten Ergebnisse verspricht. Und das ist im Moment die Kryoablation. Es gab eine große Studie, die Fire and Ice-Studie. Da hat man eben diesen Kryotechnik, bei der man in Anführungszeichen nur einen Ballon in die Pulmonalvenen steckt und dann eben Kälte abgibt, verglichen mit einer Ablationstechnik, bei der eine punkteweise Nekrotisierung des Gewebes durchgeführt wird, die wesentlich aufwendiger ist und bei der man auch ein sogenanntes Mapping durchführen muss. Und da kam eigentlich raus, dass die einfache Technik nicht unterlegen ist. Und deshalb würde man damit zunächst mal anfangen. Wenn es dann aber zum Rezidiv kommt und im Übrigen, das heißt nach mindestens drei Monaten, weil die ersten drei Monate, das wissen wir, kann auch durch die Schwellung des Gewebes und so weiter auch noch mal vor Flimmern auftreten, dass sich dann vielleicht doch wieder liegt, dann würde man eben im zweiten Ansatz dann eine komplexere Technik wählen. Ja, vielen Dank. Als Ergänzung, die neue Technik ist noch nicht so ganz positioniert. Kryo versus Elektro, da gibt es gute Daten, dass die eigentlich gleiche Ergebnisse haben. Und mit Feed-Applation muss man mal schauen. Es ist insofern eine perspektivisch schöne Technik, weil gar kein Wandkontakt mehr mit der Pulmonaler Tee unbedingt erforderlich ist. Und jetzt die ersten Daten schon ganz verheißungsvoll sind, dass möglicherweise damit ähnlich wie bei der Kryo-Applation ein sehr einfaches Verfahren zur Verfügung steht, was sozusagen in der Anwendung viel praktikabler ist als die ursprüngliche Punkt-für-Punkt-Applation. Insofern, das muss man, glaube ich, jetzt ein, zwei Jahre mal abwarten, wie die Daten sind. Das ist übrigens auch eine Studie, die von der Deutschen Herzstiftung unterstützt wird, die das genau klärt. Das heißt, Kryo versus Feed-Applation. Insofern, da haben wir, glaube ich, schon eine Chance, nochmal einen Sprung weiter oder besser zu machen in der Möglichkeit einer interventionellen Vorflimmer-Applation. Ja, wir sind fast am Ende. Eine Frage vielleicht noch zum Thema Elektro-Kardio-Version. Das ist schon mal ein paar Mal angeklungen, dass per Elektroschock der Sinusrhythmus wiederhergestellt wird. Wie oft kann man das machen? Und warum ist es halt eben häufiger nötig? Es haben viele Patienten, die uns geschrieben haben, die Erfahrung gemacht, dass das Herz eben dann doch wieder rausgesprungen ist aus dem Sinusrhythmus und es wieder zu Vorhofflimmern gekommen ist. Genau, also theoretisch kann man das ganz häufig machen, zehnmal, zwanzigmal. Aber es ist natürlich nur bedingt sinnvoll, wenn dann nach einer Woche schon wieder Vorhofflimmern da ist. Dann macht dieses Verfahren für den Patienten auf Dauer keinen Sinn, sondern da muss man dann eher über medikamentöse Therapie oder eben über die Applation nachdenken. Ja, herzlichen Dank für diese Beantwortung der vielen Fragen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Stunde bei einem so komplexen und spannenden Thema wie Vorhofflimmern, die geht natürlich in Nullkommanichts vorbei. Und ich sehe, dass wir in der Chatfunktion zwar noch etliche Fragen haben, auf die wir leider nicht mehr eingehen können. Aber Sie haben noch die Möglichkeit, die Telefonsprechstunde der Deutschen Herzstiftung zu nutzen. Und diese ist noch bis 20 Uhr aktiv. Sie sehen die Telefonnummer. Ja, ich kann Ihnen ansonsten natürlich ans Herz legen. Nutzen Sie die von Experten geprüften Informationen auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Regelmäßig informiert wird natürlich ganz automatisch, wer zum Beispiel Mitglied der Deutschen Herzstiftung ist oder im besten Fall natürlich jetzt wird und wer den kostenfreien Newsletter abonniert. Sehr herzlich möchte ich mich nochmals bei den Experten des heutigen Online-Seminars bedanken. Frau Prof. Tiefenbacher und auch bei den beiden Herren Prof. Fugtländer und Prof. Dänicke für die großartige Unterstützung. Allen Zuschauern wünsche ich an dieser Stelle einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.